so und herzlich willkommen zu einem neuen LP und heute möchte ich euch jetzt das wichtiges, also wichtiges, ja Junge ich nehme immer auf wenn ich mit diesem Charakter online bin, wichtiges mitteilen und zwar habe ich für PC oder besser gesagt Computer einfach ein wirklich neues, cooles, ähnliches MMO gesehen wie Order and Chaos, das ist ziemlich cool und vielleicht werde ich das ab Weihnachten jetzt playen, zusammen mit Sony, ich weiß es noch nicht, es ist so, wir sind beide im Gymnasium, also zweitletzte Stufe und da hat man eigentlich nicht mehr so viel Zeit, das wisst ihr wahrscheinlich vielleicht auch, eben mein Publikum ist ja ein bisschen das jüngere, aber ja, so, wir müssen jetzt einfach weitermachen mit den Quests, einfach töten, 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 ist die Devise, ja eben, das wäre sehr interessant, dann eben, ich bekomme dann einen neuen Computer auf Weihnachten, das ist wirklich cool und dann werde ich mir wahrscheinlich, eventuell werde ich mir wahrscheinlich, eventuell werde ich dann auch noch einen zweiten Kanal machen für PC-LPs, weil ich will unbedingt Need for Speed, ähm, 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 wie heißt das jetzt, Most Wanted, aber das alte will ich dann mal durchzocken, ähm, das ist wirklich, das ist einfach, für mich ist das eine, ist ein ziemlich legendäres Spiel, so. So, mal schauen, ah, wir haben noch gar nichts fertig gemacht, noch gar nichts, okay. So, ich muss da aber nicht noch irgendwie, jemand muss ich da noch bekommen, ah, endlich haben wir einen Heal, gut, Noah ist jetzt gekommen, das ist immer gut, eben, ich weiss noch nichts, ich würde eben den Kanal, also Mr888x, einfach gerne als, ähm, LP, beziehungsweise iOS-Kanal behalten und eventuell überlege ich mir dann eben, neu hinanzufangen, also, für die Gameplays, eben, ähm, das Spiel übrigens, das ich dann let's playen würde, mit Sony heißt Neverwinter, vielleicht kennt ihr es ein paar von euch, das ist wirklich komplett gratis zum Rundladen, ihr könnt natürlich, wie bei Order & Kill, sonst gratis ist es natürlich, solche In-App-Einkäufe, also In-App-Einkäufe, sind eigentlich, äquivalent zu In-App-Einkäufe, könnt ihr da auch machen, also, Aber ja, die sind nicht nötig, eben, die Grafik ist auch ziemlich nice für ein Gratisspiel, und ja, ihr könnt sie euch mal herunterladen, es geht sogar auf meinem alten PC, zwar die Grafik, eben, für meinen alten PC ist die Grafik nicht, kann ich sie nicht besonders gut einschätzen, wie man meint, fehlt mir einfach die Leistung, also, für das Spiel, ja. Ja, so, wir kommen voran, ist gut, ähm, so, die brauchen wir hier noch, eben, das sind sozusagen ein bisschen die Zukunftspläne für, von mir, ähm, bezüglich IOS und was auch immer was, Gameplay, Also, ich denke, es ist sicher interessant, was da noch kommen wird, kommen kann, eben Weihnachten, da werde ich dann wieder sehr viel Zeit haben, ich habe jetzt auch drei Tage am Wochenende, also Freitag ist sonst, glaube ich, jetzt frei, Darum ist jetzt auch das Funfriday gekommen, ähm, wollte ich einfach mal machen, zwar ist jetzt das Fazit, bzw. die, das Review, äh, was soll ich sagen, recht viele Daumen nach unten, aber irgendwie in letzter Zeit immer recht viele Daumen nach unten, Eben, ich habe mir mal einen MC4-Videos gemacht, zu meinen Freunden, in Anführungs- und Schlusszeichen, also, die, ich sage jetzt immer Kritiker, einfach, halt sind sie einfach Hater, ich weiß nicht, wieso, eben, also, ich habe mal, einmal, erinnere ich mich, da ich einem nicht geholfen habe, in den Reiz hier zu fangen, Dann hat er mir gedroht, jo, ich mache Dislikes bei dem Video und so nichts, aber nee, wenn, wenn jemand mir drohen will, dann stösst er nicht auf Frucht vor dem Boden, also, Darum sind jetzt wahrscheinlich da die paar Dislikes immer da, aber eben, mich, mich stören die Dislikes ehrlich gesagt nicht, mich kümmern die Likes aus eben, Je mehr Video und Like, aber, äh, je mehr Video, je mehr Likes ein Video hat, desto mehr freue ich mich einfach und finde es cool, dass irgendwie noch Leute gibt, die da ein Like geben, also, Also, wenn ihr mich glücklich machen wollt, dann könnt ihr einfach mal einen Daumen nach oben drücken, also, glücklich, ich finde es einfach cool, Und es ist sozusagen ein kleines Feedback, sozusagen, ja, ich mag deine Videos, deine Videos sind cool, ja, Ohne irgendwie extra ein Kommentar, oder, ah, der ist aus der Reichweite, darum geht es nicht gut. Ah, ich habe da noch Drops, mal schauen, Nein, schwarze Erde, Ah, Felsenherz, das brauche ich. Eben, ähm, Das sind so die Zukunftspläne eben, ich habe jetzt langsam die Lust an iOS ein bisschen verloren, Ähm, ähm, Ja, Ordnung Kick, Chaos, natürlich schon lange, ich mache jetzt wirklich Ordnung Kick, Chaos, mache ich es natürlich spätisch nur noch eigentlich für meine Fans und für meine Augen, sonst hätte ich das schon lange aufgehört, und das meine ich jetzt im kompletten Ernst, also, wenn da irgendwie, wenn es da irgendwie, keine Ahnung, noch Leute geben, oder wenn es gar niemand mehr wollte, dann würde ich es natürlich aufhören. Ich habe natürlich gesagt, ähm, ich will bis Level 60, also damals noch, da weitermachen, und das ist immer noch mein Ziel, also, 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 nächste Reden, das ist, ich muss da wirklich die Rechtskirchen mal sagen, ich könnte nur auch ein bisschen da helfen schlagen, oder besser gesagt, die einfach da runterdragen, weil ich bin da nicht besonders stark, aber egal. Eben, das sind meine Zukunftspläne, eben, das ist halt jetzt mit meinem langsamen PC, ich mache es ja alles über mir in das Movie Maker, und da geht es halt vom Aufnehmen, bis dann wirklich das Video oben ist, da geht es, oder kann dann halt wirklich ein paar, also können dann, sagen wir mal, mal einig, ja, ja, das ist halt das, iPad hat noch 4 zu 3 Format, das heißt, wenn das Movie Maker, muss das zuerst mal erkennen, und dann eben, eben, es dauert sicher ein bisschen, so, na, Beutel vor, der Landhairäppchen, was läuft da falsch, ähm, hm, ich muss ich endlich das wegwerfen, ah, die kann ich jetzt benutzen, so fristen wir die mal aus, und werfen das mal weg, so, Landhairäppchen, komisch, dass die jetzt 2 Slots sozusagen brauchen, kann ich eigentlich nicht werden, nee, wieso, nee, wieso, also, eben, ich denke, das sind mal die Pläne für, kommendes Jahr, eben, es ist jetzt bald auch schon wieder neues Jahr, im Monat, in einem Monat, Weihnachten, also eben, es geht schnell, es sind noch 4 Wochen Schule, ich zumindest, oh, ich lege, ich lege, aber nichts, das liegt nicht an meinem Internet, so, so, ups, da habe ich jetzt ein bisschen was zu Ende, weil ich durch meinen Legs, eigentlich ziemlich, oh, verbinden, so, endlich wieder da, nach diesem mühsamen Crash, ähm, was wollte ich noch sagen, jetzt habe ich es gleich nicht wieder vergessen, ich wollte noch irgendetwas sagen, ähm, ich weiß nicht mehr was, genau, ja, nee, jetzt habe ich es mehr wieder in den Sync gekommen, also, bei 1000 Abonnenten eben, habe ich ja gesagt, dass ich mein Instagram Profil öffentlich mache, also, öffentlich, sagst du euch einfach, und, ähm, bezüglich Verlosungen, wenn ich und Sony haben eine Idee für nicht eine Verlosung, eventuell werde ich jetzt nicht verlosen, ähm, mit ein bisschen Geschick kommen, wahrscheinlich selber überlegen, was das sein wird, also, ja, aber eben, ich bin immer noch am dran, also immer, oh, schon unten, das ist natürlich gut, angereichertes Feuer, brauchen wir noch eins, so, so, nee, so, nee, nix, kein Drop, oder? Nee, schade, cool, so, so geht es natürlich einiges schneller, so, und die brauche ich auch noch, so, 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 oh, was ist denn das? Wow, der sieht cool aus, der ist so cool aus, wieso braucht er nur diesen Stab, frage ich mich jetzt ganz im Ernst, wieso brauchst du diesen Stab nur? eigentlich sind ja diese Drugs für mich, du siehst dann im Video, irgendwie will ich nicht immer chatten während dem Video, ist nicht so gut, ist nicht so eine coole Angelegenheit, Gewohnheit, sagen wir es mal so, so, Filsenherzen, so, ja, was brauche ich noch, Aufträge, also, Rippen haben wir, dann Feuer brauchen wir noch, so, noch ein Feuer kommt, das erwischen wir jetzt noch, bevor wir da beenden, eben diese Quests sind einfach, sie gehen ziemlich lange, also das ist, gut, ich denke, wir haben jetzt ein Quest fertig, was müssen wir noch machen, den haben wir noch, Weizenfelspies, sonst machen wir den noch schnell kommt, dann gehen wir die dann beim nächsten Mal abgeben, nee, 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 bitte nicht, schon okay, ich will jetzt einfach noch ein Weizenfelspies sammeln, und dann, dann ist es okay, dann beenden wir hier, ja, nix, die droppen auch so schlecht, finde ich, ah, hier ist noch einer, vielleicht hat der, nee, komm schon, ja, Felsenherz, genau, das will ich, also gut, dann sind wir mal für heute fertig, natürlich nicht für den, oh, den Mendel, das erinnert mich an meinen Mendel, süß, ähm, ja, wir sind fertig für dieses Let's Play, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch den Video einen Daumen nach oben, abonnieren, nicht vergessen, wenn ihr noch nicht seid, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, too am 40g,